Hallo? Willkommen auf der weltberühmten Queen Mary. Hey, hey, hey! Willst du zu dieser Geistertour? All diese Details gehören definitiv ins Buch. Wissen Sie, wir sind hier an Geschichten gewöhnt. Und obwohl wir berühmt sind für Fantasiegebilde... Hallo? ...können Fakten manchmal noch seltsamer sein. Ich kann meinen Sohn unmöglich hier lassen. Egal, welche Geheimnisse Sie hier unten verstecken, Lucas hat sie gesehen. Ich kann meinen Sohn unmöglich hier lassen. Ich muss dieses Schiff verlassen! Wenn du hier bleibst, dann wirst du in die Falle geraten. Lucas! Gehen Sie bitte weiter! Nur keine Angst! Das gehört alles zu unserer Show! No! Mom?